ja wir stehen direkt unter beschuss und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde von fallout new vegas hier sind wir durchgegangen wo geht es denn hier hin hier waren wir ja noch nicht ja hier ist auf jeden fall ein bisschen ruhiger die nehmen wir mit die nehmen wir mit natürlich total überladen wieder wenn immer noch am suchen ja ich weiß veronica sollte mal die waffe wechseln da haben wir nämlich fast alle schuss verballert jetzt wartet doch ein etwas schwierigere aufgabe auf uns die könnte ich mal reparieren schon wieder ein bisschen gewicht gespart ich könnte mal mit gnade reinhalten wieso brand veronica geht er weg die rennt zu schnell vorne weg habe ich da keine andere munition für eigentlich laufgeschoss kaliber 20 laufgeschoss wahrscheinlich werden wir hier dann alles absuchen müssen um dann nachher letztendlich die die scharfschützenkarabiner ne Präzisionsgewehr Hilft alles nix Wir haben keine Granaten mehr Eronika Rennt immer vorne weg Ich hab keine Ahnung Wie man ihr das austreiben kann Das wird doch schon wieder nichts Ich wusste es Nein Im Moment gerade nicht So, komm mit Du wartest hier Ich hätte mir was zum Lesen mitnehmen sollen So Moon leer Hier war nicht Nichts weiter Meine ich zumindest Bist du Mr. Cuddles? Nein, ist es nicht Mr. Cuddles Alles leer Werde ich niemals alles brauchen hier Bösenkiste Na, wo bist du denn? Da legst du sie nieder Die Torns muss ich ein bisschen Aufpassen Die Muni hilft da mal gar nicht gegen Ähm Das ist nicht nur so schön, äh Das ist nicht nur so schön, äh hab ich nicht nur irgendwelche granaten am mann an der frau plasma granaten eigentlich eher so gegen ja so kann man das natürlich auch ausdrücken da sind noch zwei drin oh nein jetzt hat es mich erwischt es ist hart es ist sehr hart es 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 was war das das weiß ich auch nicht macht spaß keine moon mehr oder raketenwerfer repetierschrotflinte nein ja fight fire with fire hab ich kein stimpack zur auto injektion mehr nein scheinbar nicht scheinbar nicht ein munteres rumgestümper hier meinerseits doch hab ich wohl scharfschützenkarabiner sturmkarabiner äh präzisionsgewehr präzisionsgewehr das hat es irgendwie nicht gebracht das hat es auch nicht gebracht nein nicht fernglas gnade das hat es aber das ist ja wo wer ist Wer ist da? Macht's Spaß? Hm. Nicht verstecken. Ach. Ei, 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 ei. So viele Möglichkeiten. Der hat noch nichts hilft. Na los! Wo ist der hingerannt? Da! Macht's Spaß? So eine KI ist gar nicht mal übel. Ich werde dich finden. Das mag sein. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ich habe da was für... Impulskanate, dynamit, Plasmagranate. Das sind nur irgendwelche Viecher. Kopf verkrüppelt. Multi-Plus. Gnade. Wobei, das bringt's jetzt doch auch nicht. Hm, 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 hm. Komm, schön ins Köpfchen. Jetzt kommen sie auch noch von hinten wieder angerannt Ja, KI ist echt nicht schlecht Zwei Schuss Ist ja die Frage, ob die auch Türen aufmachen können Ich glaube, Türen können sie nicht aufmachen Andere Moon, Andere Moon, Andere Moon Macht Spaß? Was? Er hat die Tür aufgemacht, der Sack Und er hat die Tür aufgemacht Mist, 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 Mist. Ja, in den Kopf, schön immer rein. Wir haben ihn in pures Licht verwandelt. Ist jetzt hier mal Ruhe. Hier, glaube ich, brauchten wir einen Schlüssel, genau. Speichern. Der versteckt sich hinter der Kiste. Jetzt gibt's mit der Gnade... Jetzt Gnade euch Gott. Auch nicht geholfen. Da haut der mich einfach um. Da haut der mich einfach um. Dabei sah das doch so gut aus gerade. Jetzt haben wir natürlich keine... ...coolen Granaten dabei. Also wenn sie eins nicht kann, dann ist das Granatenschmeißen. ...gnen Fallen. Ähm... ...dank. ...dank. Ich bin glücklich. Ja, danke. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Na los Wie viel verträgt er denn? Ja, Vorsicht, genau Oh Das war's für heute. Das bringt hier alles nix. Wieso kann ich die nicht equippen? Nein, 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 nein. Okay. 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 So. Eieieieieieiei. Macht Spaß! Bin ich jetzt verkrüppelt? Kann das sein? Ja, mir geht's nicht ganz so gut. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen... ...hier so ein Buff-Out nehmen. ...den Bittertrank reinhauen... ...und äh... ...aber nicht sonst noch irgendwas, was wir mal zu uns nehmen könnten. Bier! ... Pam! Oh! Oh, oh, oh! Das war's für heute. Das ist echt ein Waffenproblem hier. Das war's für heute. Auch ihn haben wir in ein grünes Lämpchen verwandelt. Was haben wir da? Oh, 40mm Grandaten. Oh, Ruhlspitz. Ah, ich kann da nicht dran vorbeigehen. Ich kann da einfach nicht dran vorbeigehen. Ja. Ein Schauer jagt den nächsten. Aber es ist auch verdammt schwierig hier. Und vor allem, weil ich so unkoordiniert bin. Sie ist Feuer und Flamme für mich. Wo ist sie? Oh, ein Stufenaufstieg. Wie schön. Ja, wird das jetzt noch was? Oder... So, jetzt bin ich schon wieder voll. Brand, Eigenbau, Panzer brechend. Dann verlassen wir die mal hier. Können wir denn nochmal hier lassen? Hier, Dynamit. Weg. Macht's Spaß. Warum bin ich denn immer noch zu schwer? Zwei. Ja, komm. Dann muss ich mal irgendwie Wässerchen trinken oder irgendwie sowas. Habe ich alles nicht mehr? Habe ich alles Veronika gegeben? Reparatursatz wie ich auch noch ein Kilo? Nehmen wir den Reparatursatz dafür mal. Und was haben wir denn sonst noch hier? Ne, die Nuka-Colas will ich nicht trinken. Fixer, Dietrich und Du. Komm, irgendwas musst du auch hier noch... Irgendwas müssen wir doch noch loswerden können hier. Ein gefälschter Pass. Graviertes Feuerzeug wiegt auch nicht. Das Großkahn-Vorratslager. Ich schlepp diese 10 Pfund an Gewicht schon seit... Ja, quasi Wochen mit mir rum. Komm hier, Leckerli. Das Leckerli muss weg. H, I, J, K, Leckerli. Präzisionsgewehr, KF-Teile. Reduziert das Gewicht um minus 5. Okay. Einmal modden, bitte. KF-Teile. Jo, passt. Ei, ei, ei. Ich bin da noch geflackert. Ach, ich kann das alles nicht mitnehmen. Turnier-Eigenbau. Ich frag mich, wo die sind. Der will mich angreifen. Wie kommen hier irgendwie die Treppen nicht hoch? Oh, da ist noch so ein... Robotea. Dem können wir vielleicht mal so eine... Plasma-Granate... ...oder Impuls-Granate an den Kopf schmeißen. Und... Puff! Oh, da ist noch einer. Haft, du Kasse! Eieieiei... Eieieieieiei... Ruhl-Spitz-Sturm-Karabiner. Den treffen wir nicht schön in den Kopf Jetzt haben wir hier ordentlich verkackt Aber wir sind schon mal so weit gekommen Aber die Folge hat jetzt definitiv schon Überlänge Und deswegen würde ich sagen Machen wir morgen weiter Und bis dahin macht's gut Ciao So viel zu Fallout für heute Und ich hoffe ihr hattet genauso viel Spaß wie ich Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft Server Klickt auf den Gasmaskenmann um meinen Kanal zu abonnieren Und nutzt die Tools unter dem Video um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren Macht's gut